Ich zeige Ihnen jetzt, wie die neue Fast-Bild-Schnittstelle funktioniert. So neu ist ja gar nicht. Wir arbeiten seit vier Monaten bereits damit, haben aber viele herumgetestet und Beta-Tests und so. Also, fast neu. Ich zeige es Ihnen mal schnell. Schauen Sie mal. Wir haben eine eigene Abrechnungspipeline. Die beginnt mit Inrechnungsstellen. Genau genommen beginnt sie mit erwartet. Manchmal tracken wir Deals mit, bei denen, die wir in Zukunft abrechnen können. Aber unser beginnt mit Inrechnungsstellen. Dann haben wir eine Phase mit Inrechnung gestellt und dann tracken wir da auch die Zahlungserinnung und die Mahnungen mit. Und manchmal soll es auch vorkommen, dass Leute nicht bezahlen, dann geht es halt zum Anwalt. Ja, soll vorkommen, habe ich gehört. Aber auch, wir haben eine Phase mit, Kunde hat bezahlt. Warum haben wir diese Phase da hinten und drücken nicht gleich auf Gewinnen? Aus dem Anfang Grund, wir machen auch unsere Provisionsabrechnung über genau diese Pipeline. Unsere Provisionen werden dann ausbezahlt, wenn der Kunde auch bezahlt hat. Das führt jetzt aber zu weit. Wir schieben dann halt die Deals bis zum Schluss durch die Gegend. Wenn der Kunde bezahlt hat, kann man auch verbinden mit dem Banksystem. Dann wird der Deal gewonnen und dann ist alles abbezahlt. So viel noch ganz kurz. Das hat jetzt nichts mit der Schnittstelle zu tun, ist aber lustiger zu arbeiten. Wichtig ist, ich gehe jetzt in den Deal hinein und da beginnt jetzt der Spaß. Wir haben da hier ein eigenes Feld eingebaut, das heißt Fast Bill von PD Experts. Im Moment sehe ich, da haben wir noch keine Rechnung zu dem Deal. Aber was wir da haben, wir haben ein Produkt drinnen, nämlich die Fast Bill Schnittstelle. So schaut das aus. Und jetzt möchte ich eine Rechnungsstelle über 118 Euro. Was mache ich jetzt? Sie können sich denken, ich drücke da hier auf Rechnung erstellen. Sobald ich da drauf drücke, beginnt die Schnittstelle zu arbeiten. Nämlich, die Daten werden jetzt geschoben an, dreimal dürfen Sie raten, nach Fast Bill, zum Fast Bill. Da steht in Redirect. Das dauert ein bisschen anmelden, sollte ich mich auch noch, dann geht es noch besser. Sobald ich angemeldet bin, passiert jetzt folgendes. Ich habe da hier meine Kunden. Da muss ich wieder DATE verbinden wollen. DATE hat auch so etwas Ähnliches wie Pipeline, die Smart-PCC-Adresse, also so eine Upload-CC-Adresse. Das geht leider nicht über die Schnittstelle, das muss ich halt händisch da reinmachen. Wir arbeiten genau so, also das machen wir da. Jedenfalls habe ich den Kunden angelegt und logischerweise die Rechnung auch, nämlich als Vorlage. Ganz bewusst als Vorlage. Und das ist einfach ein Grund, weil ich würde niemals, niemals, niemals Rechnungen einfach so verschicken, ohne noch ein letztes Mal hineinzuschauen. Und jetzt kennen Sie sich eh aus. Jetzt wissen Sie, wie das funktioniert. Ihr habt da einen Titel, dann nimmt ihr immer den Deal-Titel. Das ist auch ein Automatismus, der mir den Deal-Titel ändert. Da steht er nicht mehr da drinnen. Und jetzt übernimmt er mir da genau das Produkt, das ich im Pipeline drinnen stehen habe, zum Einzelpreis von 9,90 Euro pro Monat, so viel kostet die Schnittstelle. Dann drücke ich auf Rechnung erstellen, das mache ich jetzt nicht, weil sonst wundert es mir einen Steuerberater wieder und verschicke sie, wie sie es halt eh kennen, aus Fast Bill. Also ganz einfach, das, was da dabei ist, natürlich logischerweise, die Schnittstelle erkennt auch, wenn der Kunde schon angelegt ist, also in dem Fall der Tester AG, das erkennt er ganz leicht. Schauen Sie mal, er stellt mir da hier die Rechnungs-ID. Na, plötzlich sind das nicht mehr zu Hause. Da die Kontakt-ID von der Organisation. Die Rechnungs-ID, die da oben steht, das ist die von der Nummer. Und die mache ich jetzt trotzdem, ich möchte Ihnen noch was zeigen. Schauen Sie mal. Ich drücke da drauf auf Rechnung erstellen. Da erstellst du mir jetzt halt die Rechnung. Weil etwas möchte ich Ihnen zeigen. Ich muss halt nachher stornieren. Jetzt versandt, jetzt bin ich gespannt. Ja, da kann ich es hinschicken. Jetzt verschicke ich es, wie halt normalerweise. Und ab dem Zeitpunkt habe ich jetzt eine echte Rechnung verschickt. Wie im Fassbild halt so ist. Und im Pipedrive, ich muss nur noch einen Refresh machen, beim nächsten Mal geht das automatisch. Im Pipedrive habe ich auch dieses Feld. Schauen Sie mal, das ist super praktisch. Ich sehe da hier die Rechnungsnummer. Ja, ihr habt den Titel, das Rechnungsdatum, alles, was mich sonst noch so interessiert, habe ich, oder wenn ich möchte, auch meine Kollegen, direkt im Pipedrive. Und was ich zum Beispiel wahnsinnig gern mache. Die Kunden sagen zu mir, ich habe die Rechnung nie bekommen. Ja, kann sein. Wissen Sie, manchmal landet das im Spam oder sonst irgendwo. Dann habe ich da hier den Link zum Kundencenter. Ja, und das ist das, was ich im Fassbild ewig suchen muss. Wenn der Kunde zu mir sagt, schicken Sie mir mal eine Aufstellung über meine Rechnungen, verschicke ich einfach diesen Link zum Kundencenter. Ja, super praktisch. Also alle Informationen, die ich da brauche, habe ich da drinnen. Nehme ich auch zum Beispiel den Rechnungsstatus. Ja, ich sehe da drinnen, dass es verschickt worden ist. Und ich sehe da drinnen, weil ich im Fassbild auch die Abrechnung mache, ob die Rechnung bezahlt ist oder nicht. Also super praktisch. Ja, wie funktioniert es? Wenn Sie das wollen, gehen Sie einfach da oben auf die Pipedrive-Suche und suchen dort nach der Fassbill-App. Nach unserer Fassbill-App. Und dann installieren Sie das. Genaue Installationsanleitung finden Sie auf unserer Webseite www.pd-experts.com. www.pd-experts.com.